So, hallo, da sind wir wieder zu unserem Let's Play und wir waren hier stehen geblieben beim Eingang in die Höhle und dann schauen wir doch mal, was uns hier erwartet. Sie halten sie im Gefängnis beim alten Tempel gefangen. Hakan hat dort angegriffen und sitzt jetzt auch dort. Wir greifen die Brücke an, die zum Gefängnis führt. Ziemlich aggressiv. Ich könnte hier hochklettern, sie befreien und dann das Zeichen zum Angriff geben. Könnte funktionieren. Edzli erkundet den Tempel im oberen Teil der Stadt. Er findet einen Weg rein. Ich rede mal mit ihm. Die Verstärkung ist bereit, sobald ihr draußen seid. Klingt gut. Für Stärke und Sicherheit. Vielen Dank. Lara. Ich werde sie da rausholen. Ich weiß. Die Rebellion lebt. Edzli im oberen Paititi treffen. Okay, und hier haben wir ein Outfit Schlangenwache. Gepanzerte Tunika und Kopfschmuck getragen von den... Und wieder war ich nicht schnell genug. Von den... von den Schlangenwachen. Schlangenkult Menschen, den Bösen. So sind wir jetzt getarnt. Ist der nicht ein bisschen frisch in dem Häuschen hier in der Höhle? Nein? Was? Was ist der nicht? Sie haben sich in der Höhle mit dem Häuschen, den Bösen, den Bösen, den Bösen, den Bösen, und den Bösen, den Bösen und den Bösen, den Bösen, den Bösen und den Bösen. Ich werde sie als Ärgerin zu tun, den Bösen, den Bösen, der Bösen, den Bösen, den Bösen und der Bösen, den Bösen und den Bösen, den Bösen und den Bösen. Ich werde sie den Bösen etwas kondieren. nicht so lange ich da bin vier waren bei der mission nicht fünf man dabei mal sehen was ich tun kann vier gefangene rebellen sollen wir losbinden nichts leichter als das der kult von kukulkan geht zu weit es wird zeit uns zu wehren sie üben immer mehr druck aus und wir weichen immer weiter zurück wenn unuratu nicht bereit ist etwas zu unternehmen sollten wir ohne sie zuschlagen ein sechskantiger aus kupfer gegossener streitkolben in den eine beilklinge eingearbeitet wurde eine furchteinflößende waffe du bist als erste zurück jonas geschichten über dich sind wahr das königshorn wie gewünscht hat kabin die ärger gemacht du hattest recht mit seiner frau sie weiß wirklich wie man mit ihm umgeht danke hierfür lara gerne u chu was meintest du damit ich wäre als erste zurück die männer die die anderen dinge holen sollten sind vor drei tagen aufgebrochen und noch nicht zurück glaubst du ihnen ist was zugestoßen quenty macht mir die meisten sorgen er ist jung risikofreudig springt ins wasser ohne vorher zum prüfen wie tief es ist den typ kenne ich jona jona hat recht das beschreibt quenty perfekt ich dachte das sollte ich hätte quenty nie zu dem verdammten ort schicken sollen zu welchem ort der alten zisterne dort werden mancos überreste vor dem kult versteckt wer ist manco der bauer der die vorfahren von sairi und amaru vor jahrhunderten aus kusko in sicherheit geführt hat wir nennen ihn den bauernretter wir brauchen sein amulett für die krönung warum wurde manco versteckt mancos anhänger sind bekannt als der orden des bauernretters daraus entstand diese rebellion als der kult von kukulkan die macht übernahm wollte er den orden vernichten manco wurde an einen geheimen ort gebracht und bewacht aber mit dem niedergang des ordens schwand auch die erinnerung an diesen ort wenn du willst könnte ich nach quenty suchen du hast schon viel getan das königshorn zurückzubringen war eine große geste der freundschaft es ist wirklich kein problem vielleicht zeigt quenty mir die besten klippen zum springen bitte ermutige ihn nicht der eingang zur zistern ist eine höhe über dem weißen baum folge der spur sie wird dich hinführen und noch eine mission erhalten der kult wird ganz heiß ein nach diesem sieg er wird seinen anhängern enormen aufschwung bescheren und sie für ihre sache begeistern und an den gefangenen rebellen wird ein exempel statuiert dafür haben wir jetzt aber keine zeit so wie ist das denn ich hab doch hier auf dem frailer dot com auf der webseite da gab es verschiedene gut ist wenn man den zum frailer auf twitter auf facebook auf was weiß ich folgt hat man für das spiel ein bogen bekommen eine waffe ein outfit glaube ich auch ich bin mir nicht sicher aber ich sehe hier keine neuen waffen oder habe ich nur upgrades bekommen jetzt hier was neues zum herstellen nee ich kann hier nirgendwo weiter doch hier wieso wird mir das nicht angezeigt das ist unpraktisch oder ist dieses ausgegraute ausrufezeichen ein zeichen dafür jedenfalls kann ich ja hier was machen mehr geht nicht ich 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 Das ist immer düster. Mach doch mal die Lampe an. Okay, dann gehen wir mal raus und erledigen unsere Mission. Dann... Schönes Wetterchen heute. So. Schädelhöhle, was ist das? Das ist die Hauptmission. Was ist denn hier mit unserer Nebenmission? Schädelhöhle, was ist das? Ach hier. Den weißen Baum finden. Ach, da sind ja noch einige Sachen. Vier gefangene Rebellen losbinden. Ja, und wo ist das? Ah. Okay. Dann gehen wir auf dem Weg mal beim Marktplatz vorbei und kaufen uns da ein paar Sachen. Oh, okay. Das war's für heute. So, gibt's hier was, was uns interessiert? Eigentlich nicht. Schlangenholzbogen, Atlatelbogen, erhöht Tragkapazität, ja das ist gut, das kaufe ich schon mal. Und die drei Sachen würde ich auch gern kaufen, dann schauen wir mal, was wir hier verkaufen können. Unser ganzes, das können wir auch kaufen. Und die drei Sachen, die wir hier haben, dann schauen wir mal, was wir hier haben, was wir hier haben. Was kommen wir denn noch? So ein Fell ist wahrscheinlich recht wertvoll, ne? Dann heben wir uns ein bisschen was auf. Äh, ne. So. Okay, mal gucken, wie wir... Na, das reicht noch nicht. Wenn wir noch 7.000 zusammen kriegen, das ist, das ist der Frage. Wahrscheinlich nicht. Oder nicht einfach alles verkaufen? Mehr tierische Ressourcen. Ja. 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 die hier nicht. Ich habe die in der Hohel-Jahne gebetet. Ich habe die in der Hohel-Jahne gebetet. Ich habe die in der Hohel-Jahne gebetet. Soh. Soh. Okay. Da müssen wir nachher mal zum Basislager, um das auszurüsten und uns genauer anzuschauen. So, und jetzt wollen wir aber erstmal die Gefangenen befreien. Und da sind wir schon zu weit gelaufen. Ah ja, da ist man. Nein. Nein, Puma schickt mich zu euch. Sei still und halt die Augen offen. Hallöchen. Ach, komm ich da jetzt eigentlich durch? Äh ja, aber das ist die Hauptmission, da wollen wir ja gar nicht hin. Da müssen wir dann nachher langen. Ähm, und jetzt links hoch. Hallo? Kamera hängt. Wer bist du denn? Das hab ich vor. Ich bin nicht hier, um dich zu verhören. Ich werde dich befreien. Das sehe ich auch so. Geh, ich folge dir nicht. Du und deine Freunde sind sicher. Okay, Nummer zwei. Ähm. Dann wieder links rum. Dann wieder links rum. Okay. Ich bin nicht hier. Ich bin hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Großartig, jetzt hängt es. Jetzt hängt es nicht mehr. Puma konnte euch in dem Moment nicht helfen, aber jetzt schickt er mich. Und dann noch mal rechts rum. Da ist noch ein Überlebensversteck. Wie kommen wir da hin? Wie kommt man da rein? Wie kommt man da hin? Hey! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Hey! So, wo ist denn jetzt der Letzte? Irgendwie rechts von mir. Da unten? Da war ich nicht zu früh. Ich bin lebendig. Genau wie du. So, jetzt bist du frei. So, jetzt bist du frei. Okay. Oh, hier können wir mal... Dominguez hat Unuratu. Und an den gefangenen Rebellen wird ein Exempel statuiert. Was für ein Chaos. Waffen abchecken. Zwei neue Bögen haben wir. Wahrscheinlich voll die Geldverschwendung, ne? Der hat mehr Zielgeschwindigkeit und Haltezeit. Der hat mehr Schaden. Und ich lass erstmal den, den wir jetzt haben. Und wenn wir dann genug Ressourcen haben, um die anderen abzugraden, dann können wir das machen. Aber bis jetzt... Jetzt möchte ich die Ressourcen erstmal für die anderen Waffen aufsparen. Dann finden wir doch mal den weißen Baum, würde ich sagen. Da oben. Da kann ich keinen Wegpunkt setzen. Okay. Also einmal auf die andere Seite. Oder ich mach eine schnelle Reise. Ins Fischerviertel. Okay. Ja. Machen wir das mal. Zum Schluss. Mal. Am core. Ja. Ja. ...wäre ich wahrscheinlich zu Fuß genauso schnell gewesen. Naja, so können wir wenigstens den hübschen Ladebildschirm begutachten. Wo die Sonnen, der Zustand der Sonnenfinsternis immer weiter voranschreitet auf magische Weise. Uchu sagt, der Eingang zur Zisterne war eine Höhle über dem weißen Baum. Wo ist da, der weiße Baum? Soll das hier ein weißer Baum sein? Da kann ich jedenfalls hoch. Ups. Total daneben. Aber hier bin ich doch auch schon gewesen. Ohne Auftrag wahrscheinlich. Da ist der Eingang. Genau, hier waren wir. Tja. Tja. Das hier zeigt ein Massenzug. Ein Massenzug aus einer großen Stadt. Das muss Manko sein, der die Vorfahren der Priesterin aus Cusco hinausführt. Was erwartet uns hier? Hier war seit Jahrhunderten keiner mehr. Das muss der richtige Ort sein. Ja, mir wird es ja nur so vorfallen. Das könnte ein Abbild des Bauernerlösers sein. Der Kult von Kukulkan hat es möglicherweise gestohlen, um seine Verehrung durch die Paitiziana zu verhindern. Vielleicht wurde es den Kultisten aber auch als Bezahlung für ihren Schutz überlassen. Die sterblichen Überreste des Bauernkönigs wurden an einen geheimen Ort gebracht. Wir wissen, dass der Kult Gegenstände und Artefakte stiehlt und sie den Menschen vorenthält, um sie fügsam zu machen. Wir werden nicht zulassen, dass auch Manko derart entweiht wird. So, das war's. Oh, das habe ich nicht gesehen. Sehr schön. Hä? Muss ich jetzt nochmal hier durch? Oder was? Blöd gelaufen. Achso, ich muss hier dann noch irgendwie weiter. Aber wie denn? Oh, das war's. Hm. Überall Berge von Leichen. Da sind wir wohl nur wegen ein bisschen Kohle hingerobbt. Ach ja, verdächtig nach Tod. Ah, das ist so schlimm. Ah, das ist so schlimm. Ah, das ist so schlimm. Ach, das ist so schlimm. Sieht aus wie eine Totenprozession. Der Orden versteckt Manko vor dem Kult von Kugulkan. Oh Scheiße, nein. Oh Mist. Naja, ich muss mich wahrscheinlich ein bisschen beeilen. Erstmal hier raus und gehen nochmal zurück. Gucken, ob hier irgendwas ist. Nee. Nee. So, da waren wir hergekommen. Ah, so. Was nützt mir das jetzt? Das zu fluten. Begräbnispuppen, Töpferware und Kleidung wurden den Toten beigegeben. Das hier war mehr als ein Versteck. Der Orden hat eine Krypta gebaut. Okay, jetzt haben wir nochmal mehr Informationen. Hier befinden wir uns in einer Krypta. Und inwiefern hilft uns das jetzt weiter? So, das ist hier schlecht. Ja, wir müssen dann irgendwo raus, das wird ja dann bestimmt gebraucht oder was. Aber wo? Hier ist was zu. Sollte das nicht offen sein? Ah! Wo kommt das denn jetzt her? Der Orden ließ Mitglieder als Wächter zurück, als er die Zisterne verschloss. So viele Knochen. Sie opferten sich, um diesen Ort zu schützen. Äh, ist ja voll aus Labyrinth hier. Oh, no. Geschafft. Das ist mal die Kohlen. So. Jetzt muss es zurück zu Uchu. Mehrere verflochtene Stränge aus reinem Silber. Soweit ich weiß, war Manko ein einfacher Bauer. Die Kette muss nach seinem Tod angefertigt worden sein, um ihn mit dieser Opfergabe zu ehren. Durch diese Wand dringt Licht. Vermutlich noch ein abgeriegelter Gang. Haben wir hier noch was verpasst? Ne, haben wir alles eingesammelt. Gut. So, hübsch. Da wollen wir lieber nicht runter. Ja gut, dann. Ha! Den wollen wir hier mal. Hm, wo können wir denn von da hin? Wenn ich mich abziehen? Ja gut. Okay. Ja. So, jetzt nicht wieder hier. Ha! Reinfallen. Das ist auch so dumm. Ich habe das bisher nicht so gerafft, dass man hier im Menü bei der Karte erst extra auf Nebenmissionen klicken muss, um die überhaupt auf der Karte angezeigt zu bekommen. Ist doch auch irgendwie Quatsch, oder? Könnten sie doch hier auf der normalen Karte auch anzeigen. Ähm, aber gut. So. Das abschließen können wir später immer noch. Machen wir hier noch ein paar andere Nebenmissionen. Pisco den Toten finden zum Beispiel. Wo müssen wir da hin? Da. Also, immer hier rüber, hier rüber, hier rüber. Da sind doch einige Sachen auf dem Weg. Ja. Das sah auch gut aus. Nicht da so drauf. Nein. Was ist denn dann die eleganteste Art, um hier wieder wegzukommen? Vielleicht so? Und dann so dahin? Ne. Das geht nicht. Kann ich nicht dahin springen? Dann zieht sie sich hoch. Kapier ich nicht. Achso, ich kann hier runterspringen, ne? Ah, so und so. Jawohl. Was machst du da? Er ist bestimmt sehr stolz auf dich. Ich kann vielleicht helfen. Denkst du, dein Vater hätte was dagegen? Wie wäre es, wenn ich mir alle Wandbilder ansehe, und dann komme ich zurück und wir reden darüber. Okay, das können wir ja auf dem Weg erledigen. So links lang. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Äh. Äh, und schau. Nein, nicht wieder von allein laufen. Wenn das, was einst über ihm war, nun unter ihm steht, wird Nahrung, was einst gesät. Der Boden, die Erde. Amun, der Gott des Getreides. Wo ist das Überlebensversteck? Das hatte ich ja schon mal erfolglos gesucht, ne? Also, wenn es nicht hier unten ist. Ach doch. Und dann rechts rum ne ganze Ecke. Oh, bitte. Auоюne ist die Überlegende Musik. Oh, ich war's. Oh! Ich bin hier unten im prepareden. Oh, ein Schleid. Der da ist nicht, ich bin hier. Ich bin hier unten im Bein. Oh, ich bin hier unten im Cooler Typ. Das Spiel reagiert nicht. Bitte nicht abstürzen. Nein! Ah, das hat mir ja gerade noch gefehlt. Keine Ahnung, ob es jetzt noch aufnimmt oder was. Jedenfalls sieht es so aus, als müssten wir an dieser Stelle einen Cut machen und unsere Nebenmissionen beim nächsten Let's Play weiterführen. Ja, so sieht es derzeit aus. Sorry dafür. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.